Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online mit dem Dennis, mit der Kali, nicht mehr so wirklich, mit dem Basti und mit dem Philipp. Der Kali wollte, muss, darf, soll, müsste, könnte, müsste, müsste ist gut. Eigentlich lernen. Das tue ich jetzt dann glaube ich langsam mal. Tudor. Oh da ist er noch. Das war die falsche Waffe. Nein. Oh Mann. Geht schon wieder gut los. Man kann euch nicht alleine lassen. Wir haben alle überlebt, aber Bikes mussten natürlich. Ey wir haben alle überlebt, das ist doch das was zählt. Schneller Neustart. Jo. Oh mein Gott. Quack quack quack. Ja ich hab nicht damit gerechnet, dass ich den Granatwarfer als erste Waffe ausgewählt hab. Erst steigt er einfach aus. Dann schießt er aus. Das rum ist so ein sehr ab. Was ist heute los? Ich steig jetzt doch in das gepanzerte Ad was mit ein. Dann durfte ich mal zuerst einsteigen mein Auto. Nein. Alles gleich erstes rein. Los geht's. Oh. Oh. Falsch. Wo fährst du hin? Tja. 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 Ich bin jetzt dann wieder wahrscheinlich als Letzte da unterwegs. Hoppala. Ich muss hier rein. Ey, aber echt aufpassen, dass wir nicht sterben da, ne? Ja, mir muss ich das nicht sagen. Ja, ist nicht mehr. Ja, Kali ist auch ein Pro. Ja, Mann. Ja, ich bin nubig, weiß. Obwohl... Wenigstens hieß das ein. Ne, wenigstens ist es mir egal. Er steht dazu. Er ist ein stolzer Nubig. Genau. Ich bin nubig und das ist auch gut so. Ey, aber ich hatte 70 Kills hab ich gehabt, ne? Ja, Dennis, blindes Huhn findet auch Körner. Wir sind grad über einen Truck gesprungen. Leicht aber hingeblieben. Rast. Ja, verdammt geil aus. Ach so, ich bin hier hoch. Ja, toll. Die kleine Ecke, ne? Hat's in sich. Aber da ist schon wieder einer. Was die Opfer sich wieder für die Menge. Ich hab' gedacht, du bleibst drinnen. Da hat man reinfahren können und schießen können. Ey, Basti, das geht gleich hoch. Ja. Ja. Warte mal. Also ich komm mit dem, mit dem, auf der, auf der Tastatur hier mit Waffen wechseln überhaupt nicht klar ey. Ist bei mir auf Tab noch, ich glaube. Ja, bei mir auch. Aber trotzdem, ich, ich reil des ned. Du reil, du reilst des nicht. Das heißt, ich verstehe es nicht. Den Ausdruck hab ich auch noch nicht gehört. Ich schon öfter. Ah. Juhu. Ich geh' oben aufs Lagerhaus. Ich geh' oben aufs Lagerhaus. Juhu. Also ich werde nicht hacken. Dann hack' ich eben. Oder... Oh, jetzt bin ich schon wieder. Oh, ich hab' noch ein Team neben dir. Ah, ich geb' euch von oben Deckung. Aua. 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 So. Ich hab' wo mich jetzt eingeblieben. Sorry, Dennis. Mensch, warum ist mein Fahrzeug zerstört? Weil ich das war. Ich bin jetzt voll. Er ist noch gebraucht. Mein Basti, mein Basti ist einer. Ja. Ja, aber kann mal bitte einer mit dem Hacken anfangen? Anfangen? Ich bin unterwegs. Ich steck bloß gerade hier mit. Jawohl. Ja, da müssen auch mal welche abgeschossen werden. Da sind noch einige da. Was muss ich überhaupt tun? Äh. Was macht denn mein Charakter schon wieder hier? Gammeln. Rumcharakteren. Wo bin ich jetzt hin? Oh, ich stell' mich vor... vor mich hin. Die Gegner, die von mir aus kommen, mach' ich. Hm? Ja, bis wegges bissel geschützt. Ach du Scheiße. Oh Gott, was ist das? Ach. Irgendwas mit Malzbio. Meine Fresse hab' ich. Ach du Scheiße, was ist jetzt denn los? Oh. Muss man mal eben Snacks essen? Einen guten. Ach je. Okay. So, gehackt. Dann packen wir doch mal. Bis durch? Das Zeug auch. Okay. Cool. Hey, Malte! Ach, ich will morgen sowas von tot. Okay. Okay, der fährt alleine. Passt schon. Dennis, soll ich dich mitnehmen? Passt schon. Ja. Komm, wir gleich wieder vorne runter, ey. Ja, klar. Fahr doch mal. Ja, ich schwör grad den Umwelchirurg irgendwie. Was, 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 was? Komm auf, Wanker, Baby. Yeah. Lieben Filme. Das heißt, äh, am besten schnappt sich einer den Bassard gleich, das. Ich werd halt nicht tun, dass ich, ich hol mir den Bassard und halt mich dann gleich bereit, oder so. Aber steig bitte nicht aus. Nein, nein. Diesmal steig ich nicht aus. Ich schrei dich bitte an. Ja, mach ich so, ohne Mist, ey. Das passiert mir nicht mehr, dass ich auswesend aus dem Bassard aussteige, Alter. Ah, Dreck. Was ist hier los? Ich darf mal in die Kuh kommen. Ah, okay. Ich werd grad von dem Granger abgezogen, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Das ist hier los. Boah, wieso dreht ihr da einfach rum? 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 Was geht ihr mit dem schief? Boah, denis, musstest du unbedingt diesen weißen rammen? Ich hab keinen weißen Ram, ich bin dran vorbeigefahren. Hä? Mir fliegt er irgendwie so halb entgegen. Dann flue Garnuti entgegen. die Stilie das ist das mit der Lüsterie ja Prozent die die Wunsch war ganz freundlich durchfällig mal die Freude folgt fröhlich folgt mehr für diese sie mehr nehmen du den einen und nicht in den anderen Hey Basti, nimm du den hinteren! Den hinteren? Ja, den hinteren. Den hinteren von den vorderen halt. Ich bin einfach froh kämpfen hier. Die mobile Kampfeinheit. Achtung, stehe hier hinten! Direkt doch mal! Okay, also Leute, ich verabschiede mich schon mal. Na klar, Kali, mach's gut. Wollte vielleicht doch im ruhigen Lernen. Das wär glaub ich sinnvoller. Glaub ich auch. Nee. Äh, doch. Immer noch Hunger. Mike schießt mal oben rechts hin, wo die Treppe ist. Genau, drüber. Der Ecker. Hab ich den troffen? Weiß ich nicht. Hast du Punkte gekriegt? Keine Ahnung. Also, hau neu. Bis denn. Tschüss, Kali. Tschau. Was? Ähm. Also, ich bin da oben, Leute. Vorsicht, ne? Ja. Was, bist du in der Halle? Ich hab das Koks. Also, ich hab das Koks, Leute. Okay. Achtung, Vorsicht! Heiß und Fettisch! Sag mal, ich schnapp mir den Lieferanten. Geh, holen wir uns, gehst los. Jo. Ringo! Oh, sorry! Gib Gas, gib Gas! Bam! Wie kommen wir jetzt hier raus? Wo soll der Vorhof? Die da alle über den Zaun gucken. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich schnapp mir den Passat noch. Rechts, 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 rechts. Ich lot's dich. Lol, wir werden ganz schön beballert hier. Ja, ja. Links, links, links. Ihr werdet nicht beballert, sondern wir kämpfen gegen den Bassard. Jawohl, ich hab Bassard. Und jetzt geradeausdurch. Nee, ich glaub, ich hab ihn. Das rechte Tor, stopp, stopp, stopp. Ja, das muss erst mal aufgehen. Das muss erst mal aufgehen, du Düdel. Ja, der Mensch, ich hab mir gedacht, wir haben gepanzeltes Fahrzeug, das geht. So. Auf zum Madrazos Haus. Ich schwöre. Ich schwöre. Deutsche Kartoffel. Auf die Deutsche Kartoffel. Ich schwöre. So. Den im Hotel zum Mann sich gerade über die Rakete bestimmt nicht gefreut. Äh? Weil es jetzt eigentlich so schwergestellt läuft. Normal. Mal. So langweilig. Doch ich schon. Lol, danke. Oh, die Mutti Bikes muss das wieder mal ein bisschen runterschrauben. Was ist jetzt so? Fertig. Okay. 1000, nur gut. Geh doch. Geh doch. Oh, ich geht's. Hm. Hey, 24 Kills hab ich. Machen wir ein Ticket nach Elysium, das hab ich noch nicht gemacht. Äh, ich hab... Okay. Hab ich auch noch nie. Wollt ihr gerne erstmal einen rauchen und Pipi gehen und sowas? Vergiss es. Genau, vergiss es. Nehm dir eine Flasche. Kannst du nur als Aschebescher nennen. Machen wir eh mal. Hol dir einen Kanister. Findest du meinen Schlitterkanister. Eine... Kannst du... Den kannst du nur als Aschebescher dann auch nennen. Ne Raucherpause gibt es erst, wenn die Folge vorbei ist. Schwer bitte. Danke. Ach ja. Da war ja was, ne? Jo. Ja, ja. Jetzt wenigstens mal vorlesen können, was wir jetzt machen, Bikes. Äh, ich hab uns noch einen Job klar gemacht. Chemikalien glauben. Kann sein, dass... ...text weg ist. Ja. Ja. Ja, da lesen. Dohler Horst. Fängt an mit lesen, wenn es weg geht. Er ist nur Horst. Steht mal unter und... Aua! Ich hab einen Stern. Okay, mit den Bikes fahrst du schon mal nicht. Na vielleicht hab ich, wenn es gut geht, gleich so ein Auto. Ne, fahrt ruhig schon mal vor, fahr schon mal. Ich hol mein Auto selber, weil's wir das brauchen sollten. Okay. Ähm, ja. Aber ich werde mein Ding hochholen. Meinen... Meinen Schmuckstück. Ey, komm her! Wo willst du den holen, Dennis? Hau ab! Alter, wir haben bloß eh Leben. Lassen wir liefern. Geht das? Ja, geht. Jetzt fahrt meine Koffer weg. Bleib stehen. Gar keine schlechte Idee. Jetzt fahrt die Eichhörner weg. Boah, jetzt reicht's. So, ich bin gleich beim Tanklaster. So, dann mal... Auch mal mein Kuruma bestellen. Ja gut, nee. Ich nehme jetzt hier die kleine Summe. Geht's lieber mal nicht weiter. Jetzt fahrt die Eichhörner weg. Ist ja so auf dem Highway. Highway 9-11. So. Wir werden gleich erreichen. Ich bin dran. Ich bin auch auf dem Weg hin. Ich bin schon gleich durch. Da ist, wo er mit Tampons schießen. Echt komisch. So. So, schaupp'n, schaupp'n. Weißt du, was cool wär? Wenn die hier... Wenn du jetzt irgendwie... ...ne Explosion hast oder mit der Leuchtpistole irgendwie in den Baum schießt, ...dass der Baum noch brennt oder so. Ja, das wär schon noch cool. Das wär echt nice. Ja, ich muss den Kopf abschütteln und irgendwo in die Ecke her. Ja. Es ist doch gut, dass wir schon mal Stern haben. Da kommt die größte Teile zu uns. Wir haben wir gepanzert das Fahrzeug, von da her. Ja, ich glaub'n, passt die mal. Wie viel Steine habt ihr, Jungs? Drei. Ja, dann... ...begebt euch mal in die andere Richtung. Genau. Ich wollte ja, dass ihr uns folgen eigentlich, dass ihr auch... ...sonst noch mal eine Ruhe habt. Tun sie jetzt auch. Schönes Verstecken. Verdammt, ich ging grad wieder zur Entfangenung. Ja, ne? Kreisgedäckens. Gut geporkt. Schön umgetreten. Jo, ein Make-up-Roll. Schau, schau, schau. Da rechts, da rechts, da rechts, da rechts, da rechts. Basti. Nein. Ich freu hoch. Alter, der bewe... Der will nicht. Ich rausgehen, soll ich schieben. Alter, wenn ich in die Richtung lenke, bleibt der so liegen. Wenn ich so mache... Ah, er verwirkt sich. Ah, ja, der will. Ja, jetzt. Du ihn weißt. Ja, super. Ich springe ein bisschen. Ja, super. Bist du sie los? Ja. Wir müssen noch 150 Meter zurück. Dreh halt einfach um. Wo ist denn der Heli? Ah, da. Vorsicht, hinter dir ist Polizei, ne? Na ja. Was machen die denn hier? Hin und her. Oh man. Ich glaube, ich porke rückwärts ein. Nein, das mache ich. Jetzt verheigt doch mal. Bring doch einfach her, Mensch. In Ordnung. Schieß mal Licht weiter. Oh, jetzt kommt von der anderen Seite ein Heli, Alter. Geil, wenn es regnet, macht es vorne richtig Spaß für dich. Musst du da rückwärts reinfahren, oder was? Keine Ahnung. Geil doch vorwärts. Kriegst unter die Brücke, genau. Ich glaube auch vorwärts. Ja, vorwärts. Geil, jetzt. Das ging schnell. Ertsch. Das war halt die Fix gegen. Rang 94. Gezahlt. Für das, dass es so schnell ging, war es viel Geld eigentlich. Jo. Mhm. Als nächstes machen wir was? Probleme am Pier, das habe ich auch noch nicht. Okay. Jo, Bikes. Jetzt kannst du mal vorlesen. Mach ich gleich. Damit die Damen und Herren auch wissen, was wir machen, die zu Fall sind zum Lesen, wie ich zum Beispiel. Du, 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 warte, warte. Machst du dir vermählt, ja. Warte mal. Weckst du dich nicht mit mir an. Probleme am Pier von Gerard. Ein paar Idioten zu überfallen ist genau das Richtige für jemanden, der neu in der Stadt ist. Die Opfer werden dich nicht erkennen und können sich nicht rächen. Nutzt das bei einem Treffen unter dem Delpierro Pier aus. Was du mit den Lost und den Vargos machst, kratzt mich nicht. Hauptsache die Ware landet bei mir. Ach ja, da ist für dich auch ein bisschen Kleingeld drin. Das ist Wahnsinn. Auf Arbeit hat einer mal ein Wort rausgegangen, das habe ich noch nie gehört. Das sagt er, du Ruhrpotschlampe. Das klingt so übelst böse, ey. Aber. Au. Ja. Wir haben Autos, jede Menge. Brauchen gehen, die ist doch gleich hier vorne. Zum Abhalten. Ne. Ne. Ach, wir kämpfen uns da einfach mit den Columas durch. Oh, bitte keine Granatwerfer, Leute. Aus dem Auto, wie denn? Ich habe das Med. Gut, dann liefere das Med ab. задinnen. Wart mal zu hier, super, das ist blöd. Jetzt kommt ich hier nicht vorbei. Ah, besser. Äh. Mal tun, weil ich das mitfahnd. Ne. Passt. Bikes. Bellen. Beeil dich. Du Assi! Ja, dann komm halt endlich! Ja, das kann ich dafür, wenn du immer loswerst, wenn ich grad einsteigen will. Weil du zu lahm bist, alter. Ich kann doch nicht dafür, wenn deine Türe soll quietschen und schwer aufgeht. Ja, nehmt denn was. Oh, ich bin getötet. Er ist tot. Hab ich denn das getötet? Ja, hast du. Das Auto ist voll verflogen. Sorry, Basti, du warst einfach irgendwie Kollateralschaden und so. Der Keks hat mich schlimm geworden. Teamwork! Ey, haben wir da nicht noch einen vorbereiteten Raubüberfall? Wer war denn da gestern Host? Äh... War das der Elden, oder? Ja, ich glaube. Ich hab da auch noch einen Raubüberfall. Also ja, Gefängnisausbruch war das. Und da müssen wir bloß noch einen Bus klauen. Das Flugzeug ist schon geklaut worden. Okay. Wir haben bloß noch eine Vorbereitung und dann Finale halten. Hm. Lächtig. Könnt man eigentlich machen. Jo. Ist ja eh schon um 12. Äh... Kann jetzt eh nicht mehr pennen. Schnell. Oh shit, ich muss in 6 Stunden aufstehen. Oh, 6 Stunden. Das tut's gut. Aber mir klingelt der Wecker in... ...drei und halb Stunden. Was nur passiert. Beste Schild. No weapons. Rug drills. Ranking and... Ranking and... Und... ... dritte Leuter gläsen können. Eis. Was? Neuläutering. Keine Menschen oder was? Neuläutering. Nur 8900. Dennis, musst du an dich morgen arbeiten? Na klar muss ich morgen arbeiten. Und wann? Ich hab Spätschicht. Ja, ich hab auch Spätschicht. Ich fang um 14 Uhr an. Naja. Äh... Äh... Ich brauch Urlaub. Urlaub ist schon was Feindes, ne? Ey es gibt doch kriminelle Elite sehe ich grad. Was ist kriminelle Elite? Flieger schnell sein, nicht beschädigen, keine Teamleben verdienen, Gefängnisausbruch, Zyper zum Schützen, schnell rausholen, am Leben bleiben. Human Labs, Zeitlimit, alles im Leben bleiben. Also überall ist Elite. Also überall ist Elite. Sehr easy. Ja total. Mit nur im Lauterbildschirm ist geil. Schlüpf. Sankt. Ich glaub bei mir auch. Konntet Job oder Aktivität nicht beitreten. Und es hängt, hängt, hängt. Immer wieder nur es hängt, hängt, hängt. Jack, hängt. Jack, hängt, hängt. Jack, who he is. Jack am Gook. Jack, and gog. Jack, what us my haunted job. Jack, was I may say. Jack, are you vegan, dude? Jack am Gook, eh shit. Jack am Gook? Jack am Gook. Instagram bekommen aber in Five oder die Indie. Und ich fällt auch ein정ên. ja war doch erfolgreich heute schon mal 116.000 113.000 verdient wollte sie noch die langsamer jetzt eigentlich bei der aufnahme ich glaube ich glaube das reicht aber ja würde ich auch sagen es reicht aber für heute reicht es mal und ja ich sag jetzt mal word fuck word fuck jetzt mal vielen vielen dank fürs zuschauen ja ansonsten machts gut haut rein servus ja 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 Vielen Dank.